Norddeutscher Rundfunk 2021 Es ist ein guter Zeitpunkt für mich, weil meine Studiezeit geht zu Ende. Jetzt beginnt etwas Neues. Ich weiss noch nicht so recht, wie es weitergeht. Ich dachte, ich lasse den Stirn nach. Das ist auch was du. Ich hoffe, dass ich lernen kann, auf meine Bedürfnisse zu achten. Es geht um 10 bis 12 Stunden. Okay. Ich habe eigentlich nicht eine Wohnung. Ich habe meine Wohnung. Ich habe meine Wohnung. Das bedeutet, nicht einfach nur eine Blinde zu folgen, sondern auch so, follow your heart. Und im Jahr 2000, ich habe den Weg gemacht. Ich fand es, 2001, 2002, 2003, 2004, bis ich auf den Weg zu leben. Sie sind immer wieder zurückgekehrt, aber sie fahren von Touristen zu Touristen. in der Zeit, wir wussten nicht, wo wir gehen können. Seit 20 Jahren, 20 oder weniger, niemals eine peregrinie. Die Leute, die ich habe, ich fühle mich, die Familie, wir leben zusammen. Wir leben zusammen. Buen Camino Peregrino. Wir wollen nicht zurückgehen, wir wollen Jahre und Jahre und Jahre fahren. Du kannst wirklich deine Sicht der Leben verändern, wenn du andere Menschen treffen kannst. Wahnsinn, danke. Pilgern ist eine ernste Sache, bitte schön. Sie schaffen eine ganz andere Lebensrunde. Ich lasse mich einfach von Tag zu Tag gehen und nehme, was kommt. Ein Mensch. Ich bin jetzt ein Mensch, wir sind ein Mensch. In sch yang die Zeit. Ich bin jetzt die Neue, eine das Empfeindliche Reise, wird ein Mensch schmerzen.